willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ihr habt im titel gesehen ich bin endlich rathaus 6 hier im free to play projekt und ich habe es auch gerade so geschafft alles fertig zu haben das heißt also nicht gerade so geschafft aber die ganzen forschung fertig zu haben meine mine und sammler alle hier auf level 10 zu ziehen und naja jetzt geht das ganze drama von vorne los das coole ist kann ich euch sagen mit rathaus level 6 kann ich die clanspiele spielen das ist sehr sehr cool ich kann die clanspiele spielen und ich nehme jetzt glaube ich auch schon clanspiel an hier acht stunden eine stunde nach auch acht stunden dann immer doch lieber die 500 so ein bisschen gold können wir sowieso immer gebrauchen hier mit dem dorf denn jetzt gibt es ja erstmal für mich auch neue sachen das heißt also unheimlich viel was man updaten kann ihr wisst meine priorität liegt in jedem fall immer auf den armeelagern denn die gehen hoch aber 750.000 ist auch ein wort zum sonntag ich habe nicht wirklich viel reingefahren muss ich sagen und hier haben wir noch mal 1000 trophies 1000 trophies im nachtdorf das holen wir uns mal rein mir fehlt jetzt natürlich echt dringend der vierte bauarbeiter keine jahre sagen und clan book muss jetzt auch hoch damit da man drache reinpasst und ich glaube die restlichen jams die die erfahre mich mir heute nachmittag mal hier irgendwie im nachtdorf hier gibt es noch reichlich einzusammeln und naja vielleicht pushen wir dann mal so ein bisschen richtung 1250 pokale so dass wir hier die 450 jams rein bekommen gibt es dafür 450 jams ich muss mal gerade gucken gehe auf 1250 pokale 1250 ja also mit 450 jams habe ich dann in jedem fall 1000 jams für den nächsten bauarbeiter denn so teuer ist ja und es gibt natürlich einiges im shop hier klar habe heute mittag schon gesehen dass es die lunar pakete gibt und das power level paket ist natürlich sehr sehr nett 4000 jams leute für 3 euro 49 da wisst ihr was was die normalerweise kosten 4000 ja wir sind hier mal 2500 bei 21 99 schon heftig also das ist schon wirklich im paket naja wir spielen ja free to play aber ich kann auch nicht überprüfen wer hier jetzt im clan wirklich free to play spielt oder wer sich das ganze paket hier gönnt oder auch was anderes gönnt ich bin ja auch nicht der 007 um jemanden zu entlarven so nach dem motto hey du hast ja gekauft wir haben das festgestellt finde ich zwar naja das muss jeder das muss jeder selber mit sich wissen ich mache es hier nicht ich meine wisst ich mache es bei den meisten accounts hier nicht und es gibt natürlich jetzt auch einiges zu bauen was auch immer nur so eine kurze bauzeit hat hier wie die beiden lager bzw die beiden mien und sammler und eine etwas längere bauzeit dann kommt die restliche defensive damit zu und natürlich auch einen ganzen haufen mauern ressourcen okay bei ressourcen das sind nur noch die beiden bauhütten aber bei den defensiven sind es natürlich unheimlich viele mauern die haben wir hier auch kurz mal raus denn dann haben wir die schon mal mal sehen ich glaube mit denen konnte man eine ganze reihe füllen da kann das sein nicht ganz okay die konnte man nicht ganz füllen die lassen wir hier mal erst mal so im raum stehen hier können wir noch ein paar james mitnehmen und ja dann geht das ganze wieder von vorne los ich bin mal gespannt ich glaube jetzt rathaus 6 geht noch ein bisschen schneller als die anderen aber die laufen alle schon ein bisschen lange hier drei stunden drei stunden acht stunden die traps die können wir sofort raushauen hier die bomben ich will mal nach nachher sehen dass ich mir ein ordentliches rathaus 6 dorf auch baue für den nächsten klankrieg denn den letzten klankrieg haben wir also was heißt den letzten denn ja doch den letzten klankrieg haben wir hier gewonnen obwohl wir für den klankrieg drei tage gebraucht haben ich kann euch sagen warum drei tage eigentlich geht zum klankrieg ja nur zwei tage einen tag vorbereitung ein tag kampftag aber wir haben über einen tag hier gesucht nach einem gegner und dann ich meine dann präsentiert sich so einer der hier mit 44 drei sterne glaube ich gegen 33 sterne will ich will ich mal nicht zu sagen hier ich meine ist zur freude des clans hier wir machen hier unsere ep im clan und kommen dementsprechend dann auch ganz gut zurecht aber wie schon gesagt ja ich kann natürlich jetzt die clanspiele spielen das finde ich richtig richtig nice und so kommt man glaube ich ganz gut zurecht hier mittlerweile habe ich den ja ich habe den den fries nicht den fries zauber den blitz zauber auf vier er geht ja bis rathaus level fünf bis auf vier und solche bases hier die können wir jetzt schon mitnehmen wir haben jetzt nicht nicht wirklich mehr truppen aber wir haben etwas mehr wir haben eigentlich nichts mehr tolle wurst wir haben nichts mehr okay wir haben nichts mehr außer drei riesen klaren buch okay also wir müssen level leute wir müssen wirklich hart level und die die schaffen dass da immerhin schon mal dann immer jetzt mal unsere tanks vorher also die ganzen barbaren denn die minenwerfer werden jetzt natürlich schießen aber ein davon kriege ich doch kaputt oder wenigstens ein hier hinten okay den einen den krieg kaputt okay das schon mal nicht schlecht das schon mal wir brauchen ja wir brauchen wir brauchen 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 viel viel gold gold haben wir jetzt noch gar nicht geholt wo ist denn das ganze gold ach hier hinten am rathaus ja 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 aber jetzt macht sie was sie hier wunderbar vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen andere armee bauen die vielleicht ganz ganz kleines stückchen teurer ist dafür aber garantiert mir die pokale hier reinholt denn die armee hier die schafft das nicht immer vor allen dingen nicht wenn da son noch so ein richtig tiefstehender magierturm ist der mir jetzt ja fast alle truppen kaputt macht mit seinen flächenschaden aber ich habe noch zwei riesen da habe ich noch ein paar bogenschützen ja es werden drei sterne werden in jedem fall drei sterne und auch 13 pokale also sehr schleppend ich habe ja auch ein paar verloren die tage war ich auch selber selber mal wieder schuld wirst du auch ohne kopf ohne co wollte und dann kommt der clan buch raus da kannst du gleich aufgeben aber den noch mal ganz schick gemacht hier und da ist schon mal die challenge dort wunderbar läuft auf jeden fall nehmen wir die noch mal nach da kann man ja was mit machen vielleicht sollten wir doch nicht so hoch stapeln wir nehmen den ruhig noch mal nach und ich hatte aber gesagt wir wollen ja so ein bisschen jetzt auch was bauen ich habe glaube ich hier noch ein wenig drin ja da kommen auf jeden fall auf 1,2 millionen und etwas mehr also das war das was ich tatsächlich als erstes baue bevor ich mir jetzt die neue defensive baue ich nehme mir die armeelager in bau also eins schon mal ich nehme die clan buch hier 800.000 aber alles nur einen halben tag das läuft alles nicht lange das heißt der läuft auch nur auch nur zwölf stunden und ich glaube mit dem letzten baarbeiter ich weiß nicht was machen wir damit was machen wir damit vielleicht ein lager hier das gibt zehn gems wenn man sich glaube ich ein ein lager hier hoch macht upgrade gold storage zu level 10 ich meine zehn gems ist nicht schlecht kann man mal machen läuft auch nicht so lange läuft zwölf stunden oder eher ein bisschen farmen und das labor schon mal hoch machen dass wir hier unsere truppen leveln können ja ich kann mich ganz ganz schlecht entscheiden also ich habe jetzt so lange gesucht wie in titan schon lange nicht mehr gesucht man 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 ich habe aber festgestellt es wird auch nicht einfacher aber hier können wir ein bisschen was machen ich check mal eben okay da ist ein minwerfer ich muss mal gerade ich muss jetzt wirklich mal gucken denn man muss ja jetzt so ein bisschen den grad gehen hole ich lot oder hole ich sterne das ist jetzt die frage hole ich jetzt lot oder hole ich eher sterne was schaffe ich mit einem blitz zauber auf level 4 krieg ich da eine luftabwehr kaputt ich glaube nicht ne okay denn die luns sind echt nicht nicht so ultra stark ja wie gehen wir jetzt vor passt mal auf dann machen wir das mal so ich nehme mal die luns aus der clan burg die sind schon ein auto ich bin fuchs ne mensch bin ich ein fuchs okay die gehen jetzt erst dahin man 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 geht doch auf die luftabwehr da komm 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 das okay die gehen jetzt da auf die luftabwehr ich schicke jetzt alle rein hier minwerfer der ist aber der müsste jetzt gleich weg gehen ich gucke mal dass wir hier schon mal außen so ein bisschen was bekommen bauhütten nehmen wir auch mit hier außen die lager so dass wir wenigstens vielleicht hier so unsere 50 prozentchen bekommen mal sehen aber auch die bogenschützentürme sind alle ein bisschen stark alle noch ein bisschen stark für uns das heißt da habe ich natürlich jetzt auch nicht aufgepasst hier unten auf die luftabwehr vorhin und 43 prozent soweit so gut toto ok dann setzen wir die jetzt hier unten ein stern haben wir immerhin bekommen wir dann wenigstens so ein paar pokal im drittel glaube ich und da kommen wir wenigstens ein ganz kleines bisschen voran den loot haben wir jetzt nicht wirklich gekriegt ich stelle es gerade fest das muss besser werden da muss ich echt noch länger suchen man 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 und ich habe jetzt meine suche war jetzt wirklich lange ich habe hier bestimmt 20 minuten nach genau so einem gegner geguckt weil alle anderen ja sind natürlich jetzt auch so stark wie ich oder stärker mit 123 luftabwehren kriegen wir die klarbruch vielleicht noch da ist ja noch ein bisschen was drin hier zumindest sind da unten so ein bisschen shiny gold hier guck mal ob wir das noch schaffen packen wir noch ok ja dann haben wir doch noch doch noch ganz gut was mitgenommen aber das ist dann auch gewesen hier das weiß nicht so viel und vier pokale das deckt ja nicht mal meine kosten hier okay das haben wir drin und klaren spielen ok dass das nur einfach üben ich lasse mir mal eben noch ein bisschen clan burg geben aber ich habe eben gesehen ich habe auch ein hammer ich habe auch ein hammer leute was meintag clan castle läuft noch ein paar stunden glaube ich mir das ding hoch ist eigentlich nicht schlecht oder ich meine ich musste den hammer für irgendwas ausgeben klar castle oder eher hier ein lager was wir jetzt immer noch nicht machen können weil uns natürlich jetzt elix fehlt schreibt sie mal unten in kommentare was ihr mit so einem hammer machen würdet wenn die sachen nicht alle so lange laufen ich meine ich kann den hammer jetzt nicht so lange in meiner tragedy haben bis ich rathaus 13 bin um ihn dann sinnvoll einzusetzen für ganz ganz viele tage bis dahin kommen halt noch ganz ganz viele hammer aber oder hämmer aber kurzer cut dann ich lasse mich eben mal die klaren bucke füllen und dann machen wir hier weiter mit was eigentlich was über ist mal gucken was über was meine leute so über haben also das was ich eigentlich am main to binden also das was ich eigentlich meine ist ihr seht das hier so ein kleines dorf und ich krieg 24 pokale wenn ich den ganz abräume mal sehen oder klaren buch was hat er ohne valkyre scheiße ok eine valkyre wie kriegen wir denn mal seine valkyre kaputt ich weiß ich weiß womit wir eine valkyre kaputt kriegen glaube ich ich gucke mal mal sehen oh die ist auch stark und meiner ok dann haben wir hier mal ein blitz drauf mal gucken wie viel schaden die valkyre geht nicht kaputt na ok die valkyre geht nicht kaputt dann müssen wir die valkyre anders kaputt machen und einmal so so ein bisschen komm 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 der valkyre böse ne ne valkyre ist echt mal böse kann man nicht anders sagen die macht mir hier echt alles kaputt kann ich gar nicht glauben naja kommt dann lassen wir's doch mal hierhin laufen so ach ich muss dass etwas großräumiger machen bei der valkyre jetzt sehe ich jetzt sehe ich wunderbar okay dann kann das hier reingehen alter so eine valkyre ist auch echt echt böse okay aber der hat auch einen minenwerfer da komme ich jetzt natürlich nicht dran beziehungsweise doch ich komme dran ich komme doch dran mit meinem balance in der clanburg ich will jetzt unbedingt die pokal hier haben und der hat seine luftabwehr dort nämlich im ausbau glücklicherweise für mich glücklicherweise für mich also viel loot nehmen wir jetzt nicht mit fürs event aber wir nehmen in jedem fall die sterne mit 24 stück können wir ganz gut gebrauchen und auf den weg zu 1250 ist es noch weit aber okay ich bin nicht ganz zufrieden muss ich sagen heute was das radhaus hier angeht aber muss man halt auch mal ein bisschen kleinere kleinere fische fangen und wenn es dem zwecke denn dient naja okay habe ich jetzt echt viel viel für verspende für noch nicht mal 20.000 gold und elex naja ja ja es kann doch besser werden leute es kann doch besser werden aber mal sehen ich glaube ich muss das labor als nächstes machen damit meine tropen echt mal ein bisschen stärker werden immer noch keinen kommentiert challenge ich krieg die challenge gar nicht fertig ich krieg die challenge gar nicht fertig aber ich kann hier wieder fordern irgendwas und was habe ich gesagt wir müssen ein labor machen naja wir müssen echt das labor machen und ich habe keinen freien bilder vier minuten ok nächster angriff folgt auf dem fuß bis gleich nächster versuch mit dieser komischen armee hier ja was heißt mit der komischen armee erstmal paar prozente scheffeln hier außen bauhütten es gibt ja auch irgend so eine bauhütten tat müssen auch mal schauen was wir da eigentlich machen können so jetzt muss ich ich muss jetzt wieder überlegen luftabwehr schaffen wir nicht ganz das müssen einfach die loons packen dann müssen wir glaube ich hier den minenwerfer weg blitzen obwohl das auch blödsinnig ist den kriegen wir noch nicht mal ganz weg ok das leidige übel aber der hat wenigstens keine clanburg ok der hat wenigstens keine clanburg dann können wir uns hier vielleicht das bogenschützenturms entledigen dann nehmen wir hier mal drei loons rein da ein paar rein und hier ein paar viele rein also die die jetzt noch hier offen sind 123 von da und immer so ein bisschen unterstützt ja aber ihr seht das hier ordern die flugwege dieser luftballons hier sind unergründlich und das schaffen nicht mal drei loons da den einbogenschützenturm ich kann es manchmal gar nicht glauben ich kann es manchmal gar nicht glauben okay jetzt ist er weg jetzt muss wenigstens nur ja okay der minenwerfer ist weg alter falter mann 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 okay jetzt dauert das ganze mache ich mal in so einer timelapse für euch na wer sagt denn geht doch 26 pokale also in der nächsten folge kann ich euch versprechen stehen da oben vier bauarbeiter und nicht nur nicht nur drei aber ich glaube das labor ist jetzt als nächstes dran wir müssen stärkere truppen haben gehen wir müssen stärkere truppen haben und naja aber immerhin ich bin rathaus 6 das war eigentlich das was ich euch haben mitteilen wollte hier wir haben jetzt noch ganz gut was zu tun in den nächsten sechs stunden fahr mich eigentlich mit denen weiter oder ich nehme die mal weiter denn für ein paar pokale sind die immer ganz gut und auch ich bin promotet also kriegen wir jetzt ein bisschen mehr loot okay ein bisschen mehr bonus wenn auch nicht so hyper viel aber immerhin etwas naja ich bleibe hier am ball für euch ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mir jetzt am ende einen daumen nach oben da aber nicht vergessen glocke stellen dass eben kein video mehr von mir verpasst und dann sehen wir uns die tage bis dahin euer toto flasht